Ich würde es nur noch einmal auf beide Seiten quasi erweitern und sagen, das funktioniert halt nur, wenn die einzelnen Mitarbeiter das genauso sehen. Also es kann halt nur dann funktionieren, wenn beide Seiten selbst reflektieren. Und es ist zwar ganz lustig, dass man als Führungskraft glaubt, dass ja, die Person kann das gut, aber wenn man mit der Person nicht gesprochen hat und die Person nicht auf dem Reflexionslevel ist, dass sie sagt, ja stimmt, das kann ich gut, sondern ja, sie macht es halt einfach und ist halt effizient, sage ich mal, oder produktiv. Heißt das noch nicht automatisch, dass sie es auch gern macht. Also das muss man auch dann so sagen, wo natürlich die eine Seite reicht nicht, also es reicht nicht als Führungskraft zu sagen, ah, ja, das fällt mir auf, der arbeitet sehr, sehr schnell runter, cool. Und dann schüttet man die Person zu mit den ganzen Arbeiten und dann stellt sich heraus, die Person ist einfach nur unheimlich, sage ich mal, talentiert, bestimmte Arbeiten sehr schnell fertig zu machen, aber hasst diese Arbeit bis aufs Letzte. Aber ist einfach sehr gut drin und macht es halt, weil sie schnell fertig wird und sie bekommt dann neue Aufgaben und dann macht man das halt weiter. Und das geht halt nur Hand in Hand. Also das geht halt nur, wenn man so offen mit den Mitarbeitern umgeht und sagt so, hey, vielleicht das dann passiver zu formulieren oder zu sagen, hey, also ich würde dir gerne die und die verantwortungsvollen, eben was wir auch immer sagen, mit der Verantwortung übergeben. Ich sehe, du bist darin erfolgreich oder da hast du gut was entwickelt und dann kommt man ja hoffentlich in dieses Gespräch, eben mit einem One-on-One-Gespräch, was vielleicht ein bisschen offener ist, eben von den Mitarbeitern ausgehen. Dann kann die Person sagen, ja, ich habe das jetzt irgendwie einen Monat lang gemacht und klar hat es gut funktioniert, aber es ist nicht wirklich in meinem Interessensbereich oder ich gehe nicht darin so auf und hätte gern eine andere Entwicklungsmöglichkeit. Also das ist immer eine viel größere Geschichte, was natürlich auch an den Führungskäften liegt, das in die Gesamtunternehmenskultur einzubauen und das nicht einfach nur wieder drüber zu stülpen, weil dann ist man nicht besser als davor, weil dann, wie gesagt, also dann gibt man alles von außen vor, ohne den einzelnen Personen Agency zu geben über ihre eigene Arbeit. Und dieses Journaling, wenn das quasi jede Ebene selber macht, dann entsteht ja erst richtig dieser fruchtbare Boden für auch diese Entwicklungen, weil dann wissen alle, was sie gut können, dann wissen alle, was sie vielleicht nicht so gut können, dann wissen alle, wo sie sich gerne verbessern oder verändern würden. Und dann kann man richtig gut zusammenarbeiten und dann kann man richtig gut diese Entwicklung vorantreiben oder diese Veränderungen vor allem mitnehmen, mit denen wir ja begonnen haben, weil wir haben eigentlich begonnen, ja, was ist eigentlich, wenn auf einmal Veränderungen so von außen passieren, wie jetzt eben, sagen wir, Digitalisierung. Dann kann das sehr, sehr gut vom gesamten Team mitgenommen werden, weil sich einfach alle ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrer eigenen Arbeitsweise bewusst sind und dann ist so eine Veränderung ja fast schon lächerlich, dann gehört das zum normalen Alltag, weil dann kommt ein neuer Punkt, über den denke ich nach, ich reflektiere, ich spreche mit anderen Menschen drüber und dann geht es weiter. Also das ist, glaube ich, echt die Grundlage des Ganzen.